Sie ist das Nesthäckchen der Lewe-Schwestern, Valentina Lewe. Doch Moment, wer ist die Lewe-Familie eigentlich? Im Namen nicht mehr ganz zu erkennen, doch immer noch Teil des lustigen Gespanns. An der Spitze und somit als Älteste der sechs Geschwistern steht die deutsche Pop-Ikone Sarah Connor, die eigentlich am 13. Juni 1980 als Sarah Marianne Corinna Lewe geboren wird. Aber die berühmte Familie hat noch mehr Star-Spirit zu bieten. Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau des Rappers Bushido alias Anis Mohamed Ferchichi, reiht sich ebenso ins Gespann der Lewe-Family ein. Und das Band, das die Geschwister verbindet, ist nach wie vor eng. Das beweist auch der neueste Schnappschuss. Hier sehen wir die frisch gebackene Drillings-Mama mit ihrer jüngsten Schwester Valentina beim Bummeln über dem Weihnachtsmarkt. Trotz begrenzter Zeit als Mama von acht Kindern lässt es sich Anna-Maria nicht nehmen und läutet die stade Zeit mit ihrer jüngsten Schwester ein. Dick eingemummelt, um der Berliner Kälte auf dem Gendarmenmarkt zu entfliehen, lächeln die beiden für ein Selfie in die Kamera. Und wow, dass die beiden Schwestern sind, kann und will man nicht verleugnen. Von der Lippenpartie über die mandelförmigen Augen bis hin zum langen, glänzenden Haar. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Obwohl die beiden 15 Jahre trennen, scheinen sie die Auszeit in vollen Zügen zu genießen. Gerade Anna-Maria hat die Gunst der Stunde genutzt, um einmal den hungrigen Mäulern ihrer Drillinge zu entkommen. Doch nach Kinderpunsch und Lebkuchen freut sich die 40-Jährige auch bestimmt wieder zum Nachwuchs zurückzukehren. Denn daheim ist es doch am schönsten.